Shell FuelSafe Diesel wurde entwickelt, um den Kraftstoffverbrauch zu senken und die CO2-Abgasemissionen zu reduzieren. Kraftstoffbedarf und Betrieb einer LKW-Flotte können durch die Auswahl des Kraftstoffs beeinflusst werden. Wenn Dieselmotoren länger genutzt werden, können sich Ablagerungen an den Einspritzdüsen bilden und sich nachteilig auf das Sprühbild und auf den Verbrennungsprozess auswirken. Dies kann zum Verlust von Motorleistung sowie zu höherem Kraftstoffverbrauch und höheren CO2-Emissionen führen. Es ist ganz einfach, je mehr Kraftstoff ein Fahrzeug verbraucht, desto mehr CO2 wird erzeugt. Aber es gibt etwas, das Sie dagegen tun können. Shell FuelSafe Diesel erhöht die Kraftstoffeffizienz durch eine exklusive Additivformel, die eine Senkung des Kraftstoffverbrauchs und der damit verbundenen CO2-Emission von Schwerlastflotten begünstigt. Sehen wir uns an, wie das funktioniert. Wenn wir in das Innere eines Motors schauen, sehen wir, dass Shell FuelSafe Diesel mit seiner Reinigungsformel dafür sorgt, dass das Einspritzsystem in Top-Zustand ist. Dadurch kann der Motor effizienter arbeiten. Er liefert bestimmungsgemäße Leistung und Kraftstoffeffizienz. Dieser Vorteil von Shell FuelSafe Diesel wurde in umfassenden Tests in unseren Forschungs- und Technologiezentren nachgewiesen. Und wir sind stolz darauf, dass auch unsere Kunden aus verschiedenen Branchen dieselben Erfahrungen gemacht haben. Sie sehen also, dass mit der Senkung des Kraftstoffverbrauchs die Betriebskosten ihrer Nutzfahrzeugflotte reduziert werden können. Und dies auch ein wichtiger erster Schritt zur Entlastung der Umwelt ist. Denn die Senkung der CO2-Emissionen wird ebenfalls ermöglicht. Shell FuelSafe Diesel wurde entwickelt, um den Kraftstoffverbrauch zu senken und die CO2-Abgasemissionen zu reduzieren.